simple bus stop zweitrad system komplett die fähigkeit sich selbst zu übertreffen bis 1200 meter noch mehr videozentralen interngespräche ohne zusätzliche geräte bis zu 120.000 teilnehmer bis zu 500 sets 16 monitore in parallel schaltung das zweitrad system simple bus stop eignet sich ideal für wohnungen freistehende häuser und wohnanlagen 1200 meter ohne den geringsten signalverlust mit simple bus stop können problemlos in den sprechstellen verbunden werden die bis zu 1200 meter von der außensprechstelle entfernt sind nur zwei drähte für den anschluss von bis zu 120.000 teilnehmern bewährte digital technologie von comlet mit zwei eigenversorgten drähten bis zu 120.000 teilnehmer mit einer einzigen anlage mit simple bus stop eröffnen sich ungeahnte möglichkeiten beliebig viele haupteingänge die mit beliebig vielen nebeneingängen verbunden sind möglichkeit in derselben anlage über mehrere videozentralen mit verwaltung von nachrichten und alarmen zu verfügen interngespräche ohne zusätzliche geräte ein absolut dialogoffenes system simple bus stop ist ohne zusätzliche elemente für interngespräche geeignet möglichkeit bis zu 500 sets miteinander zu verbinden und in das system zu integrieren eine einzige anlagenleitung ohne die notwendigkeit zusätzlicher geräte weitwinkel vision optimal lesbare schriften akustische und optische anzeigen hörgeräte taugliche tonverstärkung riser floor distribution dank zwei bus träten hohe einbau flexibilität und schutz vor kurzschlüssen an der steigleitung isolated bugs individuelle schutzvorrichtung mit der kurzschlüsse an der busleitung isoliert und festgestellt werden können simple bus stop zweitrad system komplett die fähigkeit sich selbst zu übertreffen